Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous 2nd Sun, wo wir damit beschäftigt sind, Seattle von der Besatzung zu befreien. Das machen wir gleich. Ich will erstmal hier das scheiß Gerät. So, was haben wir hier? Versteckte Kamera. Hm. Ah, da stehen wir. Moment, dann ist die Kamera da. Yeah. Da fliegt noch so ein Gerät rum. Meins. Hier kann man was sprühen. Knochenjob auf die Nuss. Ah. Ich habe schon gedacht, das mache ich nicht mehr, aber... Okay. Also, das finde ich extremst geil mit der... äh, so... Ich sag mal, Kunstwerke sprühen. Na? Na, also. Nochmal. Da noch. So. Sieht gut aus. Eine Spraydose in der Hand verschündert jede Wand. Hm. Und weiter geht's. Was ist denn das für ein Geschieß, oder? Scheiß Drogen. Sie wurden zum Wächter befördert. Sie sind dem Ziel, ein Hild zu werden, einen Schritt näher gekommen. Ja, wir werden ein Hild. Ja. 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 gegeben Autokittenreaktion nice hallo so da oben ist irgendwie so eine Art Telefon na dann mal los was fangen sie die DOP Kontrolle über dem gesamten Viertel auf unter 30 Prozent unter 30 Prozent Machen wir gleich erstmal Geheimagent so sieht er aus ne das ist er nicht das ist er da hinten haben wir noch Sprühkunst also die Sprühkunst die macht Spaß das machen wir gleich nochmal hat doch so ein bisschen was Parcours mäßiges so wieder schräg halten ich muss dafür den Controller immer unter dem Tisch rausholen können wir es ausprobieren wenn ich das jetzt schüttel schade ich habe gedacht dass der Bereich dann größer wird aber ja nicht so ein Hut und er sprüht es dann zu Ende ach geil sehr schön so da oben fliegt noch irgendwo eine Drohne rum ich nenne es einfach mal Drohne jawohl so können wir wieder upgraden ich mache einfach mal wild durch ah wir haben nichts mehr so noch eine Jackpot würde ich auch sagen der armen Frau helfen wir natürlich da ist ein Drogendeal wieder da oben auf dem Dach aua das war einfach da ist er deiner scheiß AK er gibt's dich so Drogenleer verhindert wow Zug okay so ach ja wir haben ja da noch so so ein Telefon haben wir doch hier noch und auch noch vier Scherben dann gucke ich mal ob ich die Scherben finde da vorne fliegt eine rum komm ich da hoch ja so weniger hab ich sie? ne oh diese Drecksdrohnen na also so wir haben 33 ah Prozent wo ist die Drohne? da danke danke 32 Prozent da haben wir noch irgendwo eine Drohne das gibt's doch nicht also noch irgendwo eine da fast so ein bisschen vorgegeben schon na nö ah ist freigeschaltet sehr schön Viertelfinalkampf die machen die machen wir fertig da haben wir noch ein paar Drogen Ups so alle weg da hinten da hinten eins sehr nützlich definitiv definitiv sehr nützlich hey Chaos so da unten oh geschützt oh oh nein da sind wir das erste Mal gestorben oh ja eindeutig viel besser au pfuch ach komm wieso passiert sowas immer beim Aufnehmen gut scharf schützen ja ja baby wuhu alter ich brauch rauch so ich kann Raketen aus meinen Händen abschießen ja muss man echt ein bisschen mit Deckung arbeiten jetzt aber ich liebe sowas so Open World Shooter beziehungsweise Action Games ah da bin ich ein Freund von Gott ey der ist aber auch empfindlich hört sich zu dumpf an du ergibst dich danke den halten wir am Boden nur fest geschafft geschafft so ich hätte mal lesen sollen und darin juhu so haben wir wir haben ja wieder ein paar Scherben Aschengeschoss ach ja das können wir gerne mal ausbessern so gut dann geht es mal weiter zur nächsten Mission aber ich ja Pause ne und so die Folge ist ja wieder vorbei sind ja wieder 15 Minuten ups und dann sehen wir uns mal in der nächsten Folge von Infamous und ich hoffe dir gefällt es genauso wie mir bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal